Hallo zusammen, ich bin Isiri Aron, ich bin Produktionsmechaniker im zweiten Lehrjahr bei der VAT AG und heute zeige ich euch mal meinen Alltag. Kommen wir mal mit! In meiner Lehre als Produktionsmechaniker sind meine Haupttätigkeiten das Bohren, das Fräsen und das Dreien. Zusätzlich kann man auch als Produktionsmechaniker programmieren und einen Kurs, der zwei Monate lang geht, in der Montage absolvieren. Am meisten an meiner Lehre gefällt, dass ich im Team arbeiten kann und immer mit neuen Maschinen zu tun habe. In der VAT hat man gutes Teamwork und man hilft sich gegenseitig. So, jetzt haben wir einen kurzen Einblick in meinen Beruf gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch heute bei der VAT. reativität. Musik Musik Untertitelung. BR 2018